Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu UML, der Unified Modeling Language, mit der ihr euer Programm strukturierter machen könnt, beziehungsweise erstmal strukturieren könnt, was ihr so alles zur Verfügung habt und was ihr alles machen müsst. Braucht man alles zum Planen von Software? Super, habe ich jetzt glaube ich alles gesagt für Leute, die neu dazugekommen sind, sehr gut. Okay, wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, aber trotzdem schon wisst, was ein Klassendiagramm ist, dann passt das alles, dann könnt ihr hier direkt weitermachen. Ansonsten würde ich euch Video 1 noch krass empfehlen. Okay, also wir haben uns letztes Mal hier so eine Klasse Zuschauer gebaut, die hatte zwei Attribute, ein Public-In-Watch-Time und eine Public-Void-Click-Next-Video ohne Parameter. So, jetzt gibt es zwei Arten von Klassendiagrammen und über die möchte ich mit euch heute sprechen. Und zwar, das ist eine Design-Klasse, also eigentlich ein Design-Klassendiagramm, wobei ein Design-Klassendiagramm natürlich noch mehr als eine Klasse hat, sondern auch noch irgendwelche Abhängigkeiten, Verantwortlichkeiten, Assoziationen, bla bla bla, irgendwelche Vererbungshierarchien oder sowas hat. Das hier ist tatsächlich nur eine Klasse. Ja, ich weiß, kommt noch, keine Sorge, machen wir alles in den nächsten Videos, diese Assoziationen und so weiter. Ähm, aber heute geht es darum, warum ist das hier eine Design-Klasse und was ist der Unterschied zu einem konzeptuellen Klassendiagramm? Das bedeutet, ähm, ja, das ist ein volles Klassendiagramm sozusagen mit allem drum und dran. Wenn wir jetzt ein konzeptuelles Klassendiagramm bauen, dann schmeißen wir hier einfach überall die Typen weg. Ähm, das meinte ich nicht. Und die, ähm, die Access-Modifier werden auch einfach wegrationalisiert sozusagen. Das heißt, wir schmeißen die einfach raus und sagen, hey, das entscheiden wir noch irgendwann mal. Damit kann jetzt schon jeder Programmierer irgendwas anfangen, er muss aber noch mehr selber denken, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ihr das ganze Ding so designt, dann könnt ihr vielleicht davon ausgehen, dass entweder eure Programmierer mehr Ahnung haben oder, ähm, dass man definitiv schon weiß, was da dahinter steckt. Also zum Beispiel auf WatchTimeint würden wahrscheinlich die meisten kommen, auf ClickNextVideo, dass das eine Void ist. Naja, gut, nicht unbedingt. Vielleicht ist es ja auch gar keine Void. Vielleicht möchte man hier auch ein Boolean haben, ob es geklappt hat oder nicht. Das ist dann zum Beispiel, man müsste sich mehr Gedanken drüber machen, wenn man jetzt hier ein Design-Klassendiagramm baut. Also wenn man ein konzeptuelles Klassendiagramm baut. Und im Endeffekt kann es auch eigentlich der Programmierer machen, der dann am Ende wirklich hier das Ding fertig programmieren soll. Ähm, Design-Klassen werden oftmals nur für Schnittstellen wirklich so konkret angegeben. Ähm, Schnittstellen, da werden wir noch genauer drüber reden. Ähm, das sind die Klassen, die sozusagen zwischen Paketen interagieren. Das heißt, das Paket A ruft die Schnittstellen-Klasse von Paket B auf und muss dann wirklich genau wissen, wie es diese eine Methode aufrufen muss. Ähm, und alles andere ist eigentlich nur für die Leute von dem Paket relevant. Also das heißt, für die, ähm, Leute, die an wirklich einem Paket arbeiten. Also zum Beispiel, ähm, teilt man auf, ähm, ein Team bearbeitet das Frontend, das heißt, die, äh, das User Interface, also wie es grafisch aussieht. Und, ähm, das nächste Team bearbeitet, äh, das Backend, das heißt, wie werden die Daten zum Beispiel abgelegt. Und, ähm, es gibt zwischendrin zum Beispiel eine Klasse. Das ist jetzt eine mega schlechte Architektur, aber nur kurz als Beispiel. Es gibt in der Mitte dann eine Klasse, ähm, die lässt die Leute vom Frontend, das heißt, von der UI, also vom User Interface, auf das Backend drauf zugreifen. Und diese Schnittstelle, die muss natürlich genau für beide Leute genau definiert sein. Während, wenn ich jetzt hier einen Zuschauer habe, da ist eigentlich relativ bumms, welche Typen jetzt hier intern benutzt werden. Solange eben, ähm, klar ist, dass es diese Attribute gibt und dass ich mit denen irgendwas machen kann. Das heißt, oftmals reicht es auch völlig aus, so ein konzeptuelles Klassendiagramm zu haben. Da muss nicht das ganze Team exakt wissen, wie die Schnittstelle, äh, wie genau dieses Ding aussieht. Aber bei Schnittstellen zum Beispiel, oder wenn ihr, ähm, wenn ihr vielleicht anderen unerfahrenen Programmierern etwas geben wollt, dann benutzt ihr Design-Klassendiagramme mit konkreten Access-Modifier in vorne dran und mit, ähm, hinten dran auch den Typen, damit auch wirklich alle Unklarheiten geklärt sind. Ähm, vielleicht auch noch ein zweiter Grund für konzeptuelle Klassendiagramme. Wenn ihr jetzt ganz grob nur designen wollt, wie sieht das ganze Ding aus? Sagen wir mal, ihr habt 100 Klassen, das ist wirklich nicht viel für ein großes Projekt. Ähm, tatsächlich gibt es Projekte mit über 1000 Klassen, ist auch kein Problem. Und wenn ihr euch mal ein Spiel anguckt, also keine Ahnung, sowas wie Witcher 3 oder sowas, je nachdem wann ihr das Spiel, äh, dieses Video seht, wird es schon wieder alt sein. Aber Witcher 3 hat sicher mehr als 1000 Klassen, bin ich mir fast zu 100% sicher. Ähm, natürlich habe ich den Quellcode nicht gesehen. Keine Sorge, aber wäre geil gewesen. Hätte ich gern gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, wir haben hier teilweise mega, mega große Klassendiagramme. Die werden dann oftmals in Paketen realisiert. Das heißt, ihr zieht hier einfach ein Paket rein. Nein, keine Vorlage, ein Paket. Ich meinte das Ding hier. Ähm, so, jetzt verschwindet erstmal meine Klasse hinten dran. Keine Sorge, einfach ausschneiden und wieder einfügen. Dann haben wir sie hier wieder drin. So, in diesem Paket sind jetzt von mir aus 100 Klassen oder sowas drin. Und, ähm, dann möchte man vielleicht nur ganz grob modellieren, wie sieht das Ganze aus. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ich zoome so weit raus und habe dann hier überall noch alles vollgeschrieben. So könnt ihr euch vielleicht ein großes Klassendiagramm vorstellen. Dann ist es vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, genau hier überall alles exakt spezifiziert zu haben. Das heißt, man lässt zum Beispiel auch so Sachen weg, die nicht wirklich wichtig sind. Also, irgendwelche Methoden, die man jetzt nicht unbedingt schon vorher, ähm, wissen muss. Man lässt sie einfach weg, weil man denkt, hey, zur Schreibzeit, also zur Programmierzeit tatsächlich, dann wird das Ganze schon passieren. Das heißt, da wird jemand schlau sein und wird dann eben diese Methode kreieren. Also, sagen wir mal, ähm, dieses Click Next Video. Click Next Video, naja, dazu muss der User irgendwie mal irgendwo hinklicken können. Das heißt, wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass es hier eine Click Methode geben muss. Oder eine Click Button Methode oder sowas. Ähm, Click. Ja, aber wohin wird geklickt? Na ja, gut, dann haben wir hier eben Parameter. Die lassen wir hier auch einfach weg, weil wir sagen, okay, irgendwo hin muss er klicken. Das heißt, es muss auf jeden Fall so ein Parameter irgendwie geben. Und, ähm, ja, deswegen lässt man das einfach alles weg. Und am Ende ist diese Methode sowieso wahrscheinlich Private. Und das heißt, die kennt sowieso nur diese Klasse. Das heißt, niemand anders muss davon wissen. Und ja, was Private ist, lässt man dann sowieso eigentlich weg, weil es ist ja irgendwie egal, ob die Methode Click oder Click Me heißt oder was genau da drin steht, ist sowieso völlig egal. Das heißt, alles, was man nicht unbedingt braucht, lässt man in so einem konzeptuellen Klassendiagramm einfach weg. Während in dem Design-Klassendiagramm, da schreibt man dann auch wirklich alles genauer hin. Da möchte man dann auch wirklich genau sagen, okay, das muss jetzt da sein und das muss da sein. Ähm, das ist sozusagen dann viel, viel detaillierter. Das ist vielleicht dann auch was für die Leute von einem Paket, dass die sich ein Klassendiagramm machen, ein Design-Klassendiagramm machen mit allem drum und dran, damit jeder aus dem Paket weiß, also jeder, der an einem Paket arbeitet, sagen wir mal, ihr habt ein Team von sieben Leuten oder sowas, dass die alle wissen, was da gerade so abgeht. Und kann man natürlich dann auch an andere weitergeben, aber die werden sich wahrscheinlich denken, pff, das lese ich mir doch nicht durch. Ist doch total unnötig. Für mich reicht dieses konzeptuelle Ding, was ich schon in der Hand habe. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Gut, ähm, jetzt habe ich schon wieder relativ viel gelabert, aber ich glaube, so langsam wird der Sinn von UML klar, dass man da auch super aufteilen kann in Teams und, ähm, ja, was das Ganze soll. Okay, ähm, dann war's das für meine Seite wieder. Nächstes Mal geht's natürlich weiter mit Klassendiagramm, Assoziationen und so weiter, werden wir alles noch machen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!